Wenn ich Schneewittchen schon fertig gegeben habe, dann hier im Lohrmein, weil es so ist offenbar, haben sich die Lohrer gedacht, machen wir da gleich mal eine große Touri-Attraktion draus und engagieren bei uns ein paar Mädels, die als Schneewittchen durch die Stadt gehen. Und drei davon haben wir heute Nachmittag bei mir. Schön, dass ihr gelernt seid. Herzlich willkommen bei uns. Da merkt ihr schon, was sehr freut sich, wenn wir euch haben. Ich hatte dich so im Augenblick gar nicht bestraftet gerade. Wo sind die Siebenswerke eigentlich? Arbeiten. Wo arbeiten? Gibt es das auch bei euch? Siebenswerke? Natürlich, kein Journalist, so die Siebenswerke. Und wo arbeiten die? Kindergarten. Die arbeiten im Kindergarten? Also sind es Kindergartenkinder? Natürlich. Gut, also die sind vielleicht gerade im Kindergartenkinder. Aber die kann man so mitrufen. Hatte ja letztens noch mal eine Konzerne und Ladstelle, die Stadt und Siebenswerke. Äpfelchen und singen, ja, klar. Schneewittchen 2010 Reloaded. Bittesee, unser Krims. Gleich noch mal einen Applaus auf das Publikum hier. Und hier ist der Krims. Und hier ist der Krims. Und hier ist der Krims. Der Krims, der hat nicht nur Krims, sondern da oben kommt der Krims im Motorrad. Immer ein bisschen cooler. Da ist es jetzt ein Krims für euch? Ja, sehr modern. Natürlich ist es so schöne Kleine für Sie. Ja, sehr. Und das macht ihn da so cool. Ja, doch. Für die heutigen Kleinen hat er einfach sehr Krims, ja. E3 seid doch noch Singe, oder? Ja. Ja? Denkst du? Ich bin Singe. Also auch Singe. Und das hat er hier auch, was er hat gesagt. Genau. Hast du mal eine Strecke tun? Ja. Ist okay. Ja, kann man mitnehmen? Das ist eine Sprache. Du musst dich gar nicht bei allen entscheiden. Dann würden wir alle dreien fliegen. Ich nehme sofort mit. Du musst dich gar nicht bei allen dreien fliegen. Dann würde ich mich gar nicht bei allen dreien fliegen.